Hallo, es ist mal wieder Agerist Zero Zeit und wie ich gerade den Soundcheck gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass wir eine ganz neue Hintergrundmusik hier im Nebelmobile haben und die ist gar nicht so übel. Also insgesamt finde ich die Agerist Musik eigentlich ganz gut, so als Soundtrack fürs Spiel. So, links oder rechts? Gute Frage. Erstmal links. Was ist denn jetzt los? Ich will keinen Surprise Fight. Ist alles doof. Ist mir jetzt egal. Tja und ihr beiden habt jetzt ein kleines... Ah ne, kein Problem. Glück gehabt. Ich wollte jetzt auch nicht so ewig lange wieder rumforschen, bis die mal wieder Informationen sind. Ich muss echt mal meine Agility erhöhen. Oh, die sind natürlich zuerst dran. Die hauen aber auf Sigi. Da habe ich Hoffnung. Mal wieder die ADAS Wehrcats. Wer kommt gleich? Der kommt zuletzt. Das heißt, du haust mir meine Alice nicht kaputt. Dann müssen wir hier mal eben taktisch Notzug machen. Einmal, zweimal. Ja und dann bitte… Bir ill. kein heckmeck hier Das war's. 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 Das war's.